aber das war es egal er ist gleich kaputt danke für eure unterstützung jetzt kann sie erst mal wieder kommen die über den feld hat meine steuerung gerade gesponnen jetzt komme ich nicht schon noch an wie macht man das 16 86 03 los geht's kann jetzt willst du hier rein machen hat man heute auch noch weiter ich habe ein überraschend da oben ist okay okay alles da okay denke ich den schnapp ich gebe ich gehe die 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 wollten jetzt auch einholen du arsch noch weiter ja immer auf die vorne ich gucke zu wenige credits verpfiffen das scheiße sind so wenig spieler da die ich noch nebenbei töten kann 10 ich höre nicht das ist wesentlich schlimmer wie gesagt du glaubst du nicht einherz ist dass ich mich von dir treffen lassen oder über den fett aktiviert als er wie ich einfach gerade gar nicht getroffen hat mehr kommt nein verdammt auf falsche taste also die kaputt ich habe nur noch eine pistole ich habe nicht kaputt gekriegt verpfiffen die kacke man bin ich ein esel dominik ich habe versucht zu hackten ich weiß habe es mitbekommen jetzt muss nur einer viel wohlgemerkt na man du bist so langsam warum geht das nicht gut blinder blinder ist schon jetzt aktiviert nah nein und ist das rapteile direkt dran nein nein mach mach hin fuck fuck und dabei geht wieder einer noch dominik nah an 1 hinter uns würden jetzt eigentlich auch ein wohlfühlen dann macht wo sind sie denn ich repariere erst mal dein wenig ist jetzt da das netzer ist jetzt auch schon ganz am stand gast so als wir haben zu den jahren verpackt 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 ich habe meine pistole verpackt ich habe sie gerade geht am stil der reihe er ja der meister noch welche sehr klar server grüßend hier stand die kampf wird doch auch nicht anders den anderen da oben kommt man wieder rein das die jungs was wir machen ja ich will im black light alle ja also ich hätte auch bis eben auch noch hier und hatten ja ja habe ich gesehen also dieses gift das geht mir so auf viel spaß und wir sind gespannt wer jetzt gewonnen hat ich weiß warum uns hat man gefehlt und wir haben zu wenig punkte uns will nur 1000 punkte etwa nicht doch was sagen kann ich hätte mich auch irgendwo auf kann hingestellt und immer wenn ich getötet worden wir einfach wieder wiederbelebend gemacht ja gut dann war aber keine punkte dann hätten wir bekommen hast jetzt gemacht was ist ja wie soll ich ihn das uns einstellen ja 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 schon gut ich dachte noch mal könnte vielleicht da oben auch zufall auswählen aus bei den ländern aber leider nicht also ich kann ich jetzt nicht sagen ob es es gibt oder nicht zocken heute noch eine runde sieht ich habe gar kein zeitgefühl mehr was hast du 20 uhr was erst 23 uhr das auch schon ist wir schon mal zwei uhr oder so wenn wir hier morgen erst um zwölf arbeiten muss muss man gar nicht arbeiten ich habe dann drei stunden frei und fahr dann wieder für eine stunde in die schule in den drei strecken wo ich frei habe gehe ich black light ja klar black light zocken black ops letzte runde für mich was wir dann gucken auf jeden fall kein ding hier da hat man ein bruder spricht auch wenig haben sehen ob wir den penis oder die zunge abneten wer von euch geht rein als hat verraten wir dir ach so ihr seid dran nein nein der war nicht cool wieso ganz still sind auf einmal nein nein diese beiden noch leben leck mich kann man das auch später verschieben dass man ich gesell mich gerne zu also auf derzeit hinter dir aber abdeckst du denn euch hasse dieses umkreis rennen ich bin sofort da moment wo seid ihr jungs haha okay soll jemand dann hier dran nö gar nicht weiß ich nicht nö hamster ist tot nur aber rennt ich im kreis um mich das ist wieder dumm äh entes bruder die taktik ist scheiße erzhaft naja misst wollen wir wie ein bier an unterzahl sind egal die machen wir planen dann auch gleich komme grad mach da mal ein bisschen frei dann mache ich dir den weg frei ich würde jetzt sagen ich mache aber ich glaube ich bin keine großartige hilfe doch bist du glaubt naja bezweifle ich alter sehr gut das wird doch gleich ganz angebracht wenn du noch mal kurz rauskommt meine fresse gehen wir nicht auf der eier ja du gehst mir genauso auf der eier so mädels und nun vorsicht hinter uns eine skala nachladen nachladen alter schwede ohne scheiß 3 gegen 2 ist bei sich kacke okay serie ja meine maus hängt man sollte nicht mit dem handbein auf dem ausbett fliegen meine maus gar nicht mehr reagiert ey das ist immer richtig scheiße sind beide da hab keine moni mehr glaub ich irgendwas hängt vom laser an der maus hier na klar ist das jetzt drauf geht ich habe ich die gotten naja ich schon das ging schnell wie ging das war wieso ist jetzt ende ich habe zu viele punkte so mit nein ich habe gelaufen die drei ich ja dann los besser ich bin der kriegsherr des teams kommt aus dem loch das hat sich doch nicht dankeschön auch ente im skorben das wird ja einfach ach so ent ist dann danke ente weiter wie die der dominik einfach nicht sterben u als händler mich jetzt bei der erwischt fahrt fahrt heilig ich wurde blöde Kaku ich war meine Maschine eine Pistole du hast du was gesagt du magst deine muschi nein meine Maschine zeichnet sie auch einmal schlöpfe nachbastort durch kann man nicht spielen ich habe es eine neue gewisse ein dachladen alter äh schreit das ist aktivieren kacke beide von bei beide sind nicht stecken ente doch bin ich und trotzdem haben wir schon verkackt ja bumm wir haben verloren solche jetzt schon das ist schon entschieden wir haben nicht an der ersten vorbeigekommen sind wir können aufhören na doch ihr habt doch gewonnen ich kann nicht so runter runter ziehen die beiden nicht drum herum stehen würden äh alter nein er lernt ernsthaft das bin ich am ende der map gespawnt aber ich kann nicht so mal runter ziehen nur für ihn ach ente kann man das nicht ah da kommt mir gar nichts von hinten das weiß ich auch darum würde ich ja die taktik jetzt auch mal bei euch anden ähm das kontor terminal ist oben dominik gehst du ok ja ich bin schon oben ja sag mal was